Der hat so einen Scheiß angewöhnt. Alter, ich bin in dieser Konstellation gerade so, ja Neil, und was spielst du? Ja, Selda. Ziemlich heftige Fragen. Ziemlich heftige Fragen. Ziemlich heftige Fragen. Ziemlich heftige Fragen. Das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine ist, Eklos hat das gemacht. Nurt. Die Relationship Shit. Ist auch nicht von ihr. Ich google jetzt. Scheiße. Ich bin McCann. Ich bin McCann. Ich bin McCann. Ich bin McCann. Das ist nicht das, was ich. In der Mitte. Musik Musik Geek End Toạp Geek End Toạp 4 Das Einzige, was ich auswendig kann, ist Magenliebe. Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast da was verloren. Die ist schon lange weg. Ich hab so angefangen. Das ist aber ein Profis, der sich hier ist. Sveni kriegt jetzt so einen Form da, an der Händlerkante. Ich hab diesen Pfarrer gekürzt, wenn man eine Kante. Ich hab mein Kopf auf die Pfannenseite. Das ist eigentlich ziemlich fancy. Das ist nicht so fancy. Das war's. Musik 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 Warte! Warte! Jetzt? Jetzt der Schlüssig, oder? Ach, Jungen, das hast du jetzt nicht wirklich, oder? T-Shirts! Leave the kids alone! Oh no, you're just a mother brick in the wood Oh no, you're just a mother brick in the wood That's awesome! Roll it, roll it! That's awesome! Just roll it. Holla! Holla! Untertitelung. BR 2018 Oh, ich hasse Schlafsäcke zusammenbauen. Ich meinte natürlich, ich liebe Schlafsäcke zusammenbauen. Swaggle. Swaggle. Oh! Oh! Swaggle. Du, du, du! Applaus. 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 Please allow me to introduce myself. I'm a man of well taste. Re-Jazz-Time! Wo ist meine Hose? Einfach noch eine! Ich hab's gemacht! Flaschen Solo! Das ist was ich zu sagen, ich fasse auf. Ich bin nämlich ein bisschen mit der Rot. Ich hab's gemacht! 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 Hier ist der Zugang, wo man sagt! Ja, ja! Ich hab's gemacht! Wer ist denn jetzt mit der Bremse? Ja! Er war auch noch einfach. Da ist doch ein Kierloch, äh! Was geht das einfach mal? Ich hab's gemacht! Ja! Da rein? Ja. Ich muss euch mal verstehen wie das funktioniert.